Benötige ich für die Zusatzrente Staatsapparat der ehemaligen DDR eine Beitrittsurkunde? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben schon in einem Textbeitrag auf rentenbescheid24.de kurz davon berichtet. Am 14. März 2019 wird das Bundessozialgericht in einer Gerichtsverhandlung darüber zu entscheiden haben, ob ehemalige Mitarbeiter des Staatsapparats der ehemaligen DDR Anspruch auf eine zusätzliche Altersversorgung haben, also quasi eine zusätzliche Rente haben, wenn sie in diesem System gearbeitet haben und ob es notwendig ist, dass sie für diese freiwillige zusätzliche Altersversorgung einen sogenannten Beitragsnachweis oder Beitrittsurkunde als Nachweis erbringen müssen. Wir haben in der ehemaligen DDR, gab es viele Sonder- und Zusatzversorgungssysteme, die neben den normalen Rentenansprüchen zusätzliche Rentenansprüche generiert haben für Leute, die in diesem Zusatzversorgungssystem beruflich tätig waren. Zum Beispiel die Ingenieure oder Ärzte im Gesundheitswesen oder die pädagogische Intelligenz oder die Lehrer in der Volksbildung in der DDR. Und ein ganz großes Gebiet in der ehemaligen DDR war der sogenannte Staatsapparat. Das ist, vorsichtig ausgedrückt, zu vergleichen mit dem öffentlichen Dienst, der heute da ist. Also es gab in der DDR die Ministerien, es gab den Rat des Bezirkes, Rat des Kreises und Rat der Gemeinde. Und dort haben viele, viele Menschen gearbeitet und einige von denen haben nach der Wende oder vor der Wende dann sozusagen Beitrittsurkunden gehabt. Die sind dann aufgenommen worden in diese zusätzliche Versorgung und haben dann im Rentenstand hier zusätzliche Rentenansprüche erwerben können. Der Rentenversicherungsträger für diese Zusatzrenten ist die Deutsche Rentenversicherung Bund, Träger der Zusatz- und Sonderversorgungssysteme. Die sitzen in der Hirschberger Straße in Berlin. Die haben also mit den normalen Rentenversicherungsträgern überhaupt nichts zu tun. Deren Verantwortlichkeit ist wirklich nur die Feststellung der Mitgliedschaft oder der Ansprüche für Zusatz- und Sonderversorgungsrenten in der ehemaligen DDR. Und am 14. März wird das Bundessozialgericht genau über diese Frage zu entscheiden haben, ob ich eine sogenannte Beitrittsurkunde als Nachweis, dass ich darin gearbeitet habe und für Ansprüche überhaupt benötige. Denn in dem Verfahren, was hier entschieden wird, hat der Kläger einen solchen Beitrittsnachweis nicht erbringen können. Ähnliche Fragen hatten wir damals auch in den Gerichtsverfahren beim BSG zu entscheiden im Hinblick auf die abgeleitete Intelligenzrente. Da wurde ja durch den 4. Senat des Bundessozialgerichts damals die Tür aufgemacht für über 200.000 Ingenieure. Die haben dann also wirklich viele von denen haben dann diese Intelligenzrente bekommen und das hat zu deutlichen Rentensteigerungen geführt. Und genau um diese Sache geht es hier auch. Und wir werden selbstverständlich dann nach Ablauf der mündlichen Verhandlungen am 14. März diesen Jahres 2019 auch nochmal darüber berichten und Ihnen mitteilen, ob und wie die Sache ausgegangen ist. Für den Fall, dass Sie keine Beitrittsurkunde brauchen, wenn das das BSG so entscheiden sollte, gehen wir davon aus, dass mehrere 10.000 Menschen, Versicherte und auch Hinterbliebene hier Ansprüche gelten machen können. Und deshalb ist dieses Verfahren aus unserer Sicht für die Praxis so wichtig und auch für die Versicherten so wichtig. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Mein Name ist Peter Knöppel, Rechtsanwalt und Rentenberater.